In ihrer Gegenoffensive setzen die Streitkräfte der Ukraine vermehrt vom Westen gelieferte Waffen gegen die russischen Angreifer ein. Doch weiterhin wird mit sowjetischen Beständen gekämpft und die ukrainischen Soldaten hoffen nach dem NATO-Gipfel auf weitere Waffenlieferungen. Die Entscheidung der USA, Streumunition an die ukrainische Armee zu liefern, ist international umstritten, wird aber an der Front begrüßt. Wir versuchen, seine Lande zu verlassen. Wir wollen, zu verlassen, sich zu verlassen, sich zu verlassen und wegzulassen, die nicht zu verlassen. Und es wird sich selbst machen, zu verlassen. Analysten zufolge wird sich die tatsächliche Wirkung der westlichen Waffen erst zeigen, wenn die Ukraine ihre derzeit in Reserve gehaltenen Kampftruppen alle einsetzt. Analysten zu verlassen, sich zu verlassen.